Herzlich willkommen zu einem weiteren Keybox Video. Heute zeige ich Ihnen das Thema Shot Dokumentation. Wir werden einen Mangel erfassen, genauso wie die Schottung selber, einen Bericht ausgeben und sämtliche Dateien, die wir zu einer Shot Dokumentation benötigen, hinterlegen. Als allererstes gehen wir dafür in das Hotel Ludwig. Hier finden wir schon direkt einen Plan, der sich auch in diesem Falle Shot Kataster nennt und müssen eine Shotung dokumentieren bzw. erstmal aufnehmen, damit wir dort Mängel hinterlegen können, Fotos verwalten können etc. Dafür nutzen wir hier unseren Keybox Katalog, den wir ganz einfach in den Baupan hereinziehen und hier können wir jetzt ganz einfach aus unserer Bauteilkategorie auswählen, was wir denn für einen Bauteil vergeben möchten. Wir widmen uns hier der Shotung, gehen also etwas weiter herunter, nehmen die Kategorie Shotung heraus und können jetzt hier entweder aus herstellerneutralen oder aus herstellerbezogenen Shotungen auswählen. Wir nehmen hier ein Shotung von Zapp und Zimmermann. Weiter hingehend kann ich jetzt hier die Produktbezeichnung von den Kategorien Zapp und Zimmermann herausnehmen. Nehmen wir hier also mal ein Kabel Shot und jetzt habe ich hier die Möglichkeit weiter ins technische Detail herein zu gehen, genauso wie hier oben weiter rechts sagen meine Prüfungs-, Wartungs- und Kontrolltermine sind dann und dann an diesem Tag. Weiter runtergehend sehe ich auch hier die Möglichkeit später meinen Shot mit einem Vorher-Nachher-Foto zu dokumentieren, genauso wie Seite A und Seite B. Das Ganze speichern wir und so generiert sich hier aus unserem Plus unsere Shotung. Um jetzt einen Mangel zu erfassen, machen wir es wie üblich auf dem Reiter erfassen, so kommen wir hier in die Mangel-Erfassung rein. Um den Mangel ganz einfach und schnell und effizient aufzunehmen, gehe ich jetzt hier in unseren Pfeil herein, in unsere Scrollbar und kann hier aus Textbarsteinen auswählen, was ich denn mangelhaft angeben möchte. Ich sage jetzt hier, der Abstand ist nicht zulässig, habe also direkt meine Beschreibung mit drin, meine Maßnahme ist direkt mit hinterlegt und meine weiteren Parameter in Form von Gefährdung, Richtlinien und Kostenstille kann ich ebenfalls bestimmen. Zu guter Letzt machen wir jetzt zu dieser Dokumentation ein Foto. Als allerletzten Step sagen wir jetzt hier, wer dafür zuständig ist, diesen Mangel zu reparieren. Das macht bei uns hier der Hausmeister. Das Ganze speichern wir und damit sind wir schon mit der Mangel-Erfassung fertig. Wenn ich mich jetzt also mehr mit dem Tepan Shot Dokumentation widmen möchte, gehe ich hier wie gewohnt auf das Bauteil selber drauf und finde hier die Hülle. Unter den Detailinformationen kann ich jetzt hier also sämtliche Daten verändern beziehungsweise angeben, wenn ich das später im Büro machen möchte, so dass ich ein bisschen schneller bin während der Begehung. Gehen wir hier also mal in den Bereich des Einbaus herein. Hier oben sagen wir, der Hersteller ist Zapp und Zimmermann GmbH. Shot-Typ, das ist ein Kabelshot. Shot-Klasse ist ein S-Shot und hier sagen wir, die Belegungsdichte ist 10%. Shot-Aufmaß in Metern kann ich hier auch noch angeben, genauso wie jetzt hier unten rechts mein Vorher- und Nachherfoto. Dazu gehen wir hier ganz einfach in unsere eigenen Dateien hinein und nehmen uns hier das Bild zur Shotung heraus. Einmal vorher, das speichern wir, einmal nachher, das speichern wir nun ebenfalls und somit sind wir auch schon fast fertig. Das Ganze speichern wir und somit kommen wir hier aus unseren Detailinformationen raus. Auf der rechten Seite finde ich hier, da wir einen herstellerbezogenen Shot-Tung genommen haben, die Montageanleitung, Produktinformationen, also die benötigten Herstellerdokumente. Auf dem Bautal selber kann ich jetzt hier also auch noch mir meine Einträge anschauen, meine Instandhaltungstermine, sofern ich sie vergeben habe, genauso wie den Verlauf, was ich also bisher in dieser Shot-Dokumentation mit dieser Shot-Tung gemacht habe. Um das Ganze jetzt also ordentlich auszugeben als Shot-Detailinformationen beziehungsweise als Shot-Bericht, gehe ich das Ganze hier in unserem Premium-Berichtsmodul an, indem ich hier auf die Bauteile draufgehe, den Zeitpunkt bestimme, von wann bis wann ich das Ganze aufgenommen haben möchte. Wir nehmen den 15.03.2018 bis heute, aktualisier das Ganze hier und hier bekomme ich jetzt also zwei Shot-Tungen raus, die ich hier aufgenommen habe. Die Druckvorlage Shot-Informationen finde ich hier oben auch schon direkt, das heißt, ich kann das Ganze hier über Aktion, Speichern unter, als PDF-Datei umkonvertieren lassen. Ich benenne das Ganze mal als Test, überschreibe das Ganze hier und somit gibt mir K-Box das Ganze als Shot-Dokumentation aus. Wir öffnen uns die PDF-Datei und so sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig ist. Hier oben habe ich also mein Projekt stehen und hier kommen wir jetzt auf der zweiten Seite zu unserem Shot, was wir aufgenommen haben, ebenfalls die Shot-Tung oben dokumentiert, die Detailinformationen angegeben, mit dem Foto gegebenenfalls vom Hersteller und hier finden wir ebenfalls den Mangel sowie Vorher- und Nachher-Fotos. Um das Ganze jetzt also korrekt auszufüllen, uns gegenzeichnen zu lassen, dass ich das Ganze abgearbeitet habe, gehen wir zurück auf die Standorte, auf die Shot-Tung, der wir uns gerade gewidmet haben und öffnen uns das nochmal. Hier unter dem Bauter selber kann ich unter den Formularen mir eine Übereinstimmungserklärung ausfüllen lassen bzw. natürlich auch selbst unterschreiben. Unter Formular ausfüllen gehen wir hier also in unsere Shot-Übereinstimmungserklärung A herein, öffnen uns die mit dem Rechtsklick und so bekommen wir hier eine interaktive PDF-Datei heraus, sodass wir hier oben wieder unsere Detailinformationen stehen haben. Hier habe ich also meinen Fragenkatalog und bestätige das Ganze mit zwei Haken, gehe weiter nach unten, hier finde ich also nochmal meine Vorher- und Nachher-Fotos, speichere das Ganze, vergib das mit meiner Unterschrift, bestätige das und somit bekomme ich hier meine drückbare PDF-Datei heraus, die ich jetzt also auch weiterschicken kann. Das Ganze schließen wir jetzt und somit sind wir mit unserer Shot-Dokumentation fertig. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, das ist das Thema Shot-Dokumentation gewesen. Wenn Sie weitere Fragen haben, rufen Sie einfach an. Keybox Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-Köln-K